Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 Singleplayer. So und wir sind ja das letzte Mal hier an dieser schönen Stelle stehen geblieben. Ich habe natürlich schon wieder vorgeladen und ja, ihr seht schon. Auf jeden Fall werden wir jetzt weiterspielen. Aber geile Waffen habe ich mit. Aber Hauptsache ich habe erstmal eine Granade reingepfeffert. Wäre auch wunderlich, wenn nicht. Los, bewegt euch. Los, los, los. Rät Deutsch mit mir. Ich habe die Waffen abgelegt, Käpt'n. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedäumt. Ihre Brüder halten sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen sie zu vernichten. Dann müssen sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden ihre Mission vergessen und die Waffen niederheben. Rein und waffen ab? Ja. Das war ein Witz. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zuhle, zu meinen Brüdern, spreche ich nicht ganz ohne Furcht. Habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sargent. Ich muss wissen, wo ich stehe. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Zurück! 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 Hey, das ist野火. Ja, das ist ja nicht. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch. Doch, du Scheiße! Was kommt denn das jetzt her? Wir sind Sachen nach Mingli. Moment, seid wir mitgeträumt. Und seid schaubt von mir. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rapper und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peggy. Zeig sie ihm. Rapper, IOS vom Cliff. Henner, bist du ganz sicher? Jijjian? Wir sind die Jankana. Viel Glück! Okay. Okay, ich will ein Rib voller C4. Vorbereitet und Startklapp sofort. Leidung. Wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist ja immer so. Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher? Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wo wir stehen. Hey, Hannah. Hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis er bereit ist, kämpfe ich weiter. Ja, komm. Ich will jetzt noch was machen. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Peg? Ihr bleibt am Leben. Das ist dein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkarie auf, solange wir weg sind. Oh ja. Komm. Kommt rein. Kommt los, der Scheiße! Resset, passt durch! Fortress, jetzt tut's nur ein Dreieck. Wir nähern uns unserem Zielform. Over. Wir Fortress. Das Schiff setzt uns augenlich zu. Also gingen nach Fältigkeit Gas. Äh... Verstanden, Fortress. Over! Ja Ich hab ein kleines Problem Ich hab mich festgefahren Ich bin eigentlich zu blöd zum Schiff fahren Ich soll's lassen Hallo Hallo Sag mal Station Tastaturbelegung Im Fahrzeug Wie? Ja, irgendwie so nicht Widerspielen Würde ich mich jetzt verarschen oder was? Versteh ich nicht Hallo Wartet mal Zurück zum Menü Okay So Ich probier mal was Wenn ich's jetzt neu reinlade Ob ich dann vielleicht spielen kann Weiterspielen So Jetzt werden wir gleich wieder was altbekanntes sehen Ja Ja. Ich musste neu reinladen, war klar. Ah, ich fahr diesmal hier drinnen lang. Jetzt oder nicht? Alles okay? Wir sind im dritten Winkel. Bereit machen. Dann. Wir sind im dritten Winkel. Wir sind im dritten Winkel. Wir sind im dritten Winkel. Und da geht es mir gleich um. Was machen wir jetzt hier oben? Fortress. Hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Hier ist euer Status. Over. Wir sind fast erledigt. Also jagt es hoch. Hannah, drück den Knopf. Verdammt. Da stimmt was nicht. Es ist rot. Keine Verbindung. Wrecke? Scheiße. Geht mal her. Shit. Wir müssen nochmal runter. Na gut. Es muss nur einer von uns gehen. Wrecke? Hast du noch eine von den C4 Sprengladungen? Gut. Gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Iris. Schon vergessen? Der Glückspilz. Gib sie mir, Wrecker. Wir sind denn nun? Ich riskier jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hannah. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Jinji und alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten. Gib mir das C4 Racken. Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker. Irish! Verdammt. Alles klar, kann losgehen. Tourist Wrecker, drück den Knopf. Die Explosion bringt ihn um. Verdammt nochmal. Kumpfstone. Jagd das Schiff hoch. Jetzt. Ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, ist jetzt so eine Frage. Es musste sein, Wrecker. Er ist nicht umsonst gestorben. Ich hatte die Wahl, Hannah oder Irish. Und damit haben wir das Spiel hiermit geschafft. Ähm, ich werde versuchen noch den anderen Teil. Da werde ich nochmal genau dieselbe Mission von Anfang an spielen. Und dann werde ich das Hannah geben. Und da will ich dann, würde ich dann gerne wissen, was da passiert. Ich kann es gleich hier im Nachhinein dranhängen, damit ihr beide Szenen seht. Ich werde das glaube ich auch machen. Das heißt, die Credits kannst du dir wie immer nicht überspringen. Richtig geil. Er ist nicht mehr bei uns. Deswegen tue ich mich in dieser Aufnahme jetzt noch nicht verabschieden. Sondern ich verabschiede mich dann in der nächsten und dann ist das auch das Finale. Also das hier ist Finale eins von zwei. Und ja. Wir werden dann Finale zwei von zwei probieren mit Hannah. Bis dahin. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Würde ich sagen, sehen wir uns in den, in den zweiten Ende, was möglich ist, wieder. Haut rein. Absolut gar nicht. Ganz genau. So. So. engstern sich an einem Ä predatorsikte Merner aus. Im Moment hat schwanger dasterior nennen. Oh. från äeto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020